Hallo Leute, in diesem Video stelle ich dir 8 Dinge vor, die du niemals googeln solltest. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, abonniere jetzt meinen Kanal. Los geht's! Nummer 1. Wie baue ich eine Bombe? Ich glaube, es sollte ziemlich klar sein, aus welchem Grund man nicht nach so einem Satz googeln sollte. Wenn du es wirklich ernst meinst und anderen Leuten schaden möchtest, dann solltest du einem Psychiater aufsuchen. Denn das ist kein gesunder Gedanke. Doch die meisten Menschen, die so etwas googeln, sind einfach neugierig und fragen sich, wie Leute es schaffen, sich zu Hause eine Bombe zu bauen. Wenn du auch zu diesen neugierigen Personen gehörst, dann vergiss es lieber ganz schnell wieder. Denn du kannst dir nahezu zu 100% sicher sein, dass die Regierung ab diesem Tag deine Internetaktivitäten überwachen wird. Als harmloser Bürger, der einfach nur einen kurzen Moment neugierig war, möchtest du doch sicher nicht auf der schwarzen Liste für bedrohliche Personen landen, oder? Nummer 2. Bettwanzen Bettwanzen sind kleine Tierchen, die sich in deinem Bett einnisten, dich nachts beißen und dein Blut trinken. Wenn deine Haut jetzt schon langsam anfängt zu kribbeln, dann weißt du genau, warum du nicht nach diesen kleinen Tierchen googeln solltest. Am besten du weißt so wenig wie möglich über sie. Denn wenn du dich einmal ausgiebig über Bettwanzen informiert hast und Bilder von betroffenen Bettwanzenopfern siehst, dann wirst du in der Nacht kein Auge mehr zudrücken können. Nummer 3. Offizielle Täterbeschreibungen Wenn die Polizei nach Tätern sucht, um große Verbrechen aufzuklären, erstellen sie dafür eine offizielle Täterbeschreibung. Mit sehr detaillierten Informationen zum Tathergang. Diese Informationen sind online für jeden einsehbar. Das Problem bei der Sache, kaum jemand schaut sich in seiner Freizeit gerne Täterprofile an. Doch eine Person tut das besonders gerne, nämlich der Täter selbst. Auf diese Art und Weise möchte er herausfinden, was die Polizei gegen ihn in der Hand hat. Doch die Polizei ist schlau genug, das zu wissen und überwacht diese Seiten. Jeder, der diese Seiten besucht, wird von der Polizei genau unter die Lupe genommen. Und das ist auch gar nicht mal so verkehrt, denn in der Vergangenheit wurden so etliche neugierige Täter überführt. Wenn du keine Straftat begangen hast, gibt es für dich keinen Grund, eine solche Seite zu besuchen und damit unberechtigt ins Visier der Fahnder zu gelangen. Wenn du der Polizei bei Fahndungen weiterhelfen willst, ohne dich verdächtig zu machen, kannst du beispielsweise den örtlichen Twitter- oder Facebook-Account deiner Polizeiwache folgen. Und natürlich schadet es auch nicht, sich regelmäßig Nachrichten anzuschauen. Nummer 4. Raucherlunge Nach einer Raucherlunge solltest du nur googeln, wenn du eine Motivation brauchst, um mit dem Rauchen aufzuhören. Oder eine Abschreckung damit zu beginnen. Ansonsten tu es lieber nicht. Es ist wirklich Wahnsinn, was das Rauchen mit der Lunge anstellt und wie eine Raucherlunge im fortgeschrittenen Stadium aussehen kann. Die meisten Raucher, die sich eine Raucherlunge angucken, wissen aber schon vorher, welche Konsequenzen das Rauchen haben kann. Besonders seitdem auf den Zigarettenverpackungen Warnungen aufgedruckt sind. Aufhören zu rauchen werden die wenigsten, auch mit der Raucherlunge im Hinterkopf. Es könnte sogar eine starke Belastung sein, weil man weiß, dass man aufhören muss, aber es nicht kann, weil man stark abhängig ist. Nummer 5. Dinge, die Menschen im Fastfood gefunden haben Wir wissen alle, dass die Gerichte der meisten Fastfood-Restaurants ungesund und nicht zur täglichen Ernährung geeignet sind. Oft enthalten sie viel zu viel Fett, in Kombination mit vielen Kohlenhydraten und wenigen Vitaminen. Doch trotzdem hat sich jeder schon einmal in seinem Leben etwas in einer Fastfood-Kette gegönnt. Da spricht ja auch gar nichts dagegen. Schließlich sollte jeder sein Leben genießen und sich nicht zu 100%, sondern vielleicht nur zu 95% oder 90% verbieten. Doch wenn du den Satz Dinge, die Menschen im Fastfood gefunden haben, googlest, wirst du wahrscheinlich für eine lange Zeit einen großen Bogen um Fastfood-Restaurants machen. Denn du wirst gleich mehrere Berichte und Videos mit den verrücktesten und ekligsten Dingen sehen, die Menschen im Fastfood gefunden haben. Ein Haar zwischen einem Hamburger ist da noch das harmloseste, was Menschen gefunden haben. Wenn du trotzdem wissen willst, was alles im Fastfood gefunden wurde, dann klick mal oben rechts auf die Infokarte. Dort kannst du abstimmen, ob ich in Zukunft so ein Video veröffentlichen soll. Nummer 6. Dein Lieblingsessen in Kombination mit Krebs Wir wissen alle, dass es in der Lebensmittelindustrie nicht immer mit rechten Dingen zugeht. Aber einem Lebensmittel eine krebsfördernde Wirkung nachzuweisen, ist schon eine harte Anschuldigung. Trotzdem findet man immer wieder Artikel über Nahrungsmittel, die angeblich Krebs verursachen sollen. Manchmal hat man das Gefühl, man darf gar nichts mehr essen. Wenn du jetzt nach deinem Lieblingsgericht in Kombination mit Krebs suchst, findest du bestimmt einige Artikel darüber, dass man dieses Lebensmittel vermeiden soll, weil es Krebs auslösen kann. Damit nimmst du dir aber selber ein Stück Lebensfreude und Genuss. Denn oftmals sind es Mythen, die schon lange als falsch bestätigt wurden, oder Behauptungen, für die es keine wissenschaftliche Grundlage gibt. Solange du dich nur sehr selten von Lebensmitteln ernährst, die als Fastfood bekannt sind, bist du auf der sicheren Seite. Nummer 7. Allgemeine medizinische Symptome Bestimmt kennst du diese Situation. Du hast hin und wieder Kopfschmerzen und gehst ins Internet, um der Sache auf den Grund zu gehen. Du liest dich durch mehrere Internetseiten und kriegst ein immer mulmigeres Gefühl. Nun hast du fertig gelesen und bist davon überzeugt, an einer schlimmen Krankheit zu leiden, weil viele Symptome auf deine Beschwerden zutreffen. Und genau darum solltest du nicht nach oberflächlichen Symptomen im Internet suchen. Dinge wie Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen sind Symptome für tausend verschiedene Krankheiten. Wenn du nach der möglichen Ursache googlest, machst du dich nur selber verrückt. Und im Endeffekt fühlst du dich noch schlechter als vorher. Wenn du wirklich die Ursache für eine bestimmte Beschwerde erfahren möchtest, dann solltest du zu einem Arzt seines Vertrauens gehen und ihm davon berichten. Er kann dir mit großer Sicherheit viel nützlichere Informationen geben als das Internet. Nummer 8. Bin ich zu dick? Viele Menschen sind unzufrieden mit ihrem Körpergewicht und fragen sich dann, ob sie zu viel auf den Rippen haben. Diese Frage würde ich aber niemals googeln, denn es verbergen sich einige Gefahren dahinter. Zum einen kann dir das natürlich niemand sagen, ohne dass er auch dein Alter und deine Größe kennt. Aber selbst dann kann man es nur grob abschätzen. Es kann sein, dass du völlig normalgewichtig bist, aber dich dann durch das Internet verrückt machen lässt. Und die zweite Gefahr, die in den letzten Jahren immer größer geworden ist, sind sogenannte Pro-Anna-Gruppen. Man kann ihnen kinderleicht beitreten, sie sind aber brandgefährlich. Denn dort treffen sich abnehmwillige und magersüchtige Menschen, um sich gegenseitig zu motivieren, den ganzen Tag lang nichts zu essen. Einmal in so eine Gruppe reingerutscht, ist der Weg zur Magersucht nicht mehr weit. Das waren 8 Dinge, die du niemals googeln solltest. Wie sieht's bei dir aus? Bist du eher auf Google unterwegs oder auf YouTube, um nach Lösungen zu deinen Problemen zu suchen? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du mich unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.